Halleluja und herzlich willkommen zu meinem neuen Video mit meinem ein bisschen witzig. Spontan witzig, so bin ich. Wir haben heute eine neue Candy Challenge für euch, weil ihr die Candy Challenges wirklich immer sehr abfeiern. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen uns jetzt nicht ein Land oder eine Region, sondern wir nehmen einfach... Saure Süßigkeiten. Ja. Wir sind ohne Scheiß wie die Gestörten den ganzen Vormittag, Mittag, Nachmittag durch Köln gerannt und gefahren. Wir sind auf sehr saure Süßigkeiten... Okay, wir fangen an. Darf ich das erste nehmen? Du darfst das erste nehmen. Nee, komm, jetzt direkt das Größte. War ja klar, ne? Hier ist ein Glibbermonster drauf und da steht drauf, extra sour. Und wir haben uns leider nur diesen Riesenvertretchen. Ich wollte es gerade anfassen und hast es weggezogen. Du meinst es anfassen. Candy Roller. Das sieht schon aus wie so ein Deo-Roller. Bei welchen nimmst du? Ich nehm blau. Echt? Ich nehm grün. Nee, nicht echt. Man schwitzt. Spaß. Man schwitzt. Okay. Das ist mir... Das ist doch... Sieht original aus wie ein Deo-Roller. Freunde, Freunde, lass uns... Das ist ein Deo-Roller. Lass uns Sauerpunkte verteilen. Von 1 bis 10. Können wir uns gegenseitig die Lippe einreiben, diese Zunge einreiben? Die Lippe einreiben? Die Lille... 3, 2, 1... Okay, stopp. Das ist ein sehr merkwürdiger, diese... Das war aber übertrieben viel Flüssigkeit. Ja, mega. Man denkt immer, das wäre so ein eigener Speichel. Was? Das ist aber gut sauer. Boah, ist das geil. Das ist ein Deo-Roller-Plastik-Kugel-Gerät. Kannst du nicht essen. Warte mal. Was denn? Du fropfst ihn dir so auf die Hand und dann leckst du deine Hand ab. Wie unfassbar dumm ist das denn? Weißt du, wie viele Bakterien du jetzt gerade von deiner Hand geleckt hast? Die Hände mit Waschenguhn... Oh nein, oh, 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 oh! Wurde jetzt eine... Warte, noch nicht sagen. Okay. 4! 5! Aber ist geil. Äh, was ist jetzt deins? Ist ja eigentlich auch egal, weil wir ja auch in einer Partnerschaft und Beziehung leben. Nein. Ich möchte das. Extreme Sour Apple. Warning, don't bite off more than you can chew. Warum das denn? Au, mein, mein, mein! 2, 1. Ob das die 4 brechen wird? Oh. Boah, ist das was? Deswegen soll man nicht mehr in den Mund tun, dass man kann kommen, weil es hat unfassbar hart ist. Aber ein Kiefer. Aber sauer ist das nicht. Es ist mega lecker, es hat so eine saure Note, aber das andere... Bist du ein Weintester oder was? Ein bisschen lustig im Abgang. Je mehr man kann, dass du selber wirst. BOOM! Ich öffne, dass das steht. BOOM! Das ist so komplett gestört. Das sieht sauer aus. Oh. Das sieht sauer aus, wenn man sich dann noch die Augen rauskriegen hat. Ende den Satz jetzt einfach, ich finde kein Ende. Oh. 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 Oh, ist das bitte sauer ausprobiert. Oh, scheiße, meine Zähne tun voll weh. Oh. 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 Scheiße. Dieses Bonbon war überkrass, ey. Oh, da ist ein Gummi, ein Kaugummi in der Mitte gewesen. Hast du den runtergeschluckt einfach oder was? Ich habe sehr viel von dem Baum runtergeschluckt. Hast du wirklich einfach gegessen? Haribo Monster sauer. Wie können, wie, wie können? Die sehen aus wie normale Gummibärchen. Achso, erstmal müssen wir doch kurz eine Note verteilen für das andere. Scheiße, stimmt. Ich glaube, da würde ich tatsächlich eine... Das ist... Das war sehr sauer am Anfang. Sehr. Also ich würde 7, 8. Ich würde auch 7, 8 sagen. Das kann nicht sauer sein. Metallgrün. Ich wette, es ist eine 1. Ganz. Das ist doch nicht sauer. Also es ist eine 0. Das wollte ich unbedingt haben. Ich liebe diese Schnüre mit diesem Zuckerzeug da drauf. Aber die habe ich noch nie gegessen, gesehen. Geschweige denn, gegessen. Gerochen. Können wir nicht einfach hier oben was machen? Boah, hast du irgendwie Probleme? Mach doch einfach so! Geil. Pfirsich. Pfirsich, das ist meiner. Mh. Ja. Oh. 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 Sauer. Oh, nee, sauer. Geht aber klar. Nee. Nee. Guck mal, wenn ich zum Paar passt in meiner Haarkarbe. Ich hätte dich ja wohl noch mal anlecken dürfen. Wenn das eine 8 war, dann ist das definitiv eine 7. Ich fand die so sauer. Nee, nee, nee. Das war eine 5. Was? Wir haben dazu für uns gesagt, das war gar nicht sauer im Gegenteil. Doch, das war sauer. Na. Dann ist das eine 6, eine 6. Wir haben so was geiles gekauft. Zieht euch das rein. Explosiver saurer Kaugummi. Warte, guck mal jetzt mal. Boah, ich bin voll gespannt wie das aussieht. Oh. Oh. Die sieht aber krass aus. So? Ne, 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 ne. Hör mal los. Was da für? Das sieht aus wie Vulkangestalt. Das sieht ein bisschen aus wie Köttel. Ihihihi. Ja, Kacka. Nee, du musst ein bisschen mehr noch von mir nehmen. Willst du mich komplett... Ja, Kack. Was? Das ist doch nicht gleich. Das ist wirklich gleich. 3, 2, 1. Kann man das kaufen? Das ist doch so. Kacka. Mh. 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 Der sauerkart. Der eisig war. Mh. 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 Ich hab hier wieder gerade gedacht. Was? Was ist das denn? Du krieg immer gern sauer für die sauren Sachen. Meine Zunge tut so weh. Das sind ja so die sauersten Süßigkeiten, die wir jetzt in Deutschland gefunden haben. Aber wir haben noch so einen Online-Shop gefunden. Da gibt es wohl die sauersten Süßigkeiten der ganzen Welt. Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass wir irgendwie versuchen, an diese sauren Süßigkeiten ranzukommen. An die sauersten Süßigkeiten der Welt. Dann drehen wir darüber ein neues Video. Fruchtgummi für Fortgeschrittene. Okay, okay. Na, das ist nicht extra sauer. Da ist doch nicht der... Guck mal, die einzige Verpackung, die wir gekauft haben, wo mega groß in so einem roten Kreis extra sauer steht. Das ist noch nicht mal ein bisschen sauer. Geleeboote. Noch nie gegessen ist sauer. 3, 2, 1 und... Saure Mischung steht da. Jetzt habe ich gerade voll Angst, dass ich nichts mehr schmecke. Ich glaube, das ist mega sauer und unsere Zunge ist einfach weggeätzt. Gar nicht sauer. Null. Wir geben meine... Chips Cola. Oder wie macht man das? Hat man das nicht früher gesagt? Wenn man gleichzeitig das gesagt hat, hat man ganz schnell Chips Cola gesagt. Das habe ich noch nie gesagt. Kennt ihr das? Sonst fragst du mal bitte in die Kommentare. Warum? Nehmen wir diese Bonbons nicht einfach einzeln ein. Ich muss das aus meiner Hand essen. 3, 2, 1... Kau. Oh, was ist das? Wir sollen die Freunden befinden, ja, oder? Ich muss auch so die Freunden befinden. 3. 3. 3. 3. 3! 3! 3! Ich habe die auf den Kopf gesammert. Hast du wirklich auf den Kopf gesammert? Oh mein Gott, ich habe die auf deinen Kopf gesammert. Nee, ich gebe dir High Five, aber ich gebe dir keinen Chips Cola. Dann willst du einmal Chips Cola. Chips Cola. Okay, liebe Girls, ich darf an jeder füllen. Chips Cola. Okay, jetzt neue Challenge in der Challenge. Wir müssen so tun, als ob es nicht sauer wäre. Wir stecken jetzt in den Mund. Und dann sagt ihr, bei wem man am ersten sehen würde, ob es sauer wäre, wenn es das ist. Und los! Ich habe schon mal wie vermerkt gehabt. Oha. Oh, das geht gar nicht. Die muss drin lassen, drin lassen. Weißt du, warum das gar nicht geht? Aua! Das ist verrückt, weh! Weißt du, warum? Weil das andere Zeug sind alles... Oh! In dem Gaumen. Weil das andere hat mir schon alles weggeätzt. Darum kann das gerade so übersauer werden. Also mach mal! Wie, 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 wie? Mach mal! Nein, wir sind alle. Darf ich dir bitte mal so eine ganz große Hand in den Mund stecken und dann ihr Gesicht screenshotten? Willst du mich komplett verarschen? Warte, warte, warte! Liebe, du kriegst von mir eine 15-minütige Rückenmassage heute und Nackenmassage. Ja. Wenn du die einmal in den Mund nimmst. Ich möchte einen Beweissnap dann haben. Du kriegst einen Beweissnap. Ich werde heute Abend, ihr guckt in Snapchat rein, da werde ich ihr den Nacken massieren, wenn sie das jetzt macht. Aber, die Bedingung ist, du musst diese Bonbons 30 Sekunden in deinem Mund lassen. 15. 20. 15. 17. 16. 18. Nein, 16! Alle Screenshots machen, okay? Was, lass mich das selber in den Mund geben. Nee. Komplett, komplett, komplett! Oh! Rein, 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 rein! Und? Los! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, kompletter! Oh! Oh! 12. Oh, die Zeit vergeht so langsam. Die Zeit vergeht doch in den Flug. 17! Oh, das geht gar nicht, Leute. Wir haben jetzt noch zwei Sachen. Saure Goldbeeren. Saure Goldbeeren. Die kann ja nur geil sein. Fertig, los! Ja, die ist ein bisschen sauer. Ja, aber doch. Eine 4? Nein. Also, was haben wir denn ihnen eine 3 gegeben? Denen haben wir eine 3 gegeben. Ich finde die viel saurer. Die letzten Wochen, die kennt ihr doch bestimmt alle, oder? Ein paar Centerschocks haben wir uns gekauft. Ich bin mal gespannt, wie ich das bewerten würde. Kein Gesicht verziehen. Kein Gesicht verziehen. Darf ich den Kauen mit Kaugummis, oder? Nö, nötchen erst mal. Aua, ist gut weh. Echt weh. Hinten auf der Zunge, ne? Ja, oben. Aua. 3, 2, 1. Das ist eine gute Menge. Und wenn man die anderen auf... Hinten auf. Hinten auf. Hinten auf. Hinten auf. Da kann man nicht so gut kaufen, wenn die anderen mal... Was ist alles los? Oh mein Schuh tut schon weh. Alles okay? Julia, alles okay? Boah, beim Atmen spürt man das in den Zählen, ne? Ja, die Zählen tun überhart weh jetzt. Wir verlinken euch hier beim Julian die Asia Candy Channel. Wir haben in Asien gedreht. Haben wir in Asien gedreht? Nein, haben wir nicht. Aber die American Candy Channel. Die haben wir in Amerika gedreht, Leute. Wir hoffen das Video hat euch gefallen. Wir hoffen das Video hat euch gefallen. Wir hoffen das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht uns einen Daumen nach oben da zu lassen. Schaut euch auf jeden Fall die beiden anderen Candy Challenges an. Und wir verabschieden uns ganz herzlich von euch. Ich verlinke euch Julians Kanal und Julians neustes Video in der Infobox. Julians neustes Video war nämlich wie er mich über Monate mit so kleinen Pranks geärgert hat. Kennst du das, wenn du mit Stoff an deinen Fählen gehst und dann kitzelt das voll? Naja, aber ich kann das auch schon an den Zähne tun über Hardway. Bis zum nächsten Mal, wir haben euch lieb. Tschüss, bis gleich, bis gleich. Tschüss!